Und herzlich willkommen zurück zu einer heutigen Folge Aga.io Ja, jetzt ist es erstmal ein Join. Wie man hört, ich bin immer noch krank. Vielleicht die ganzen Aga-Folgen heute an einem Tag aufnehmen. Na ja, und ich wollte mal auf meine Internetseite ansprechen. Die jetzt mit in der Index, wie ich sage, wir sind zwar noch nicht fertig, aber wir sind schon relativ weit, wenn man so nimmt. Denn, Webseite, die Seite an sich steht und so. Ja, deswegen, der Link ist in der Video-Beschreibung, da könnt ihr mal vorbeischauen. Nur nicht wundern, demnächst ist der Umstieg wieder auf die DE-Domain. Deswegen, ja, nicht wundern, dass sie dann über die EU da nicht mehr draufkommt, dann steht da ja, da ist sie wieder. Und, ja, in der Zeit, man zum Schild. Das ist Frankreich. So, der war mal eben gut gefressen. Fuck. Na, der war mal kurz. Nicht die Scheiße. Hat nur einen Score von 400 und sterben. man darf halt nicht über die Scheiß ähm, ja, wie soll man die Dinger nennen? Blumen? Oder was sind das? Tua, naja ist halt jetzt mal so deswegen in den nächsten Tagen kommt halt mehr Ärger, da ich jetzt nicht unbedingt viel Minecraft vorbereitet hab und wie man hört ich schaff das auch jetzt nicht unbedingt viel Minecraft aufzählen ich hab heute noch zwar eine Folge aufgenommen aber, ja, ist auch nicht so viel weil, ja, Freitag, Samstag, Sonntag eigentlich Minecraft kommt deswegen, das heißt, nächsten Freitag kommt Meinschaft ja, für euch gesehen ist das jetzt sogar die Freitagsfolge ne, die Samstagsfolge dann so, gestern kam ja noch eine Folge Meinschaft wieder und vielleicht kommt diese Woche auch nochmal ein bisschen was da muss ich nochmal gucken vielleicht so ein bisschen was vom Handy so das scheiße hier weg, 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 weg war einfach noch gemacht, durch zu früh gefreut, dann gucken, wie lang ist die Aufnahme genauso lang ist eigentlich recht nice dann war ich letztes Mal für vorne also ich glaube, sehr wohl lang war ich fast noch nie wird's in der Runde zwar letztes Mal in oder vorletzt Mal drei Minuten, aber ist schon recht lang für meine Verhältnisse und zwar, ich zeige euch gleich nochmal kurz genau das Website Design, wie es aussieht und dann sollt ihr halt mal in die Kommentare schreiben, wie er das findet und mal gucken, wie man da oben sieht, ich abraten Video uploadet und zur Aga auf Folge 5 mit Daniel und ja, vielleicht kommt morgen also auch nochmal eine Folge mit irgendwie einem anderen halt, ich muss mal gucken, mit wem vielleicht, da wird es schon, glaube ich, wahrscheinlich nur einer finden gut und je nachdem, wie lang gleich die Folge ins fuck ins fuck, genau äh ja, wahrscheinlich ist das jetzt auch nochmal die letzte Runde, wo ich sterben kann hier, ach, wie lange die jetzt wird naja, leicht verschnupft noch und ja, wahrscheinlich wird hier sogar in der Folge Musik hinterlegt sein muss man nochmal gucken ja doch, eine Runde machen wir noch wenn jetzt fuck so, jetzt es ist mir scheiße, wenn der Camtasia sieht der Move war jetzt mal richtig genial von mir ja 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 das isch so, er zeigt euch nochmal hier die Seite so, er zeigt euch nochmal hier die Seite so, er zeigt sich doch nochmal hinzu, hier kommen noch ein perfektes круг und es hat mich, so viel hier, wenn man über ein Handy halt rangeht dann ruft man mich halt anbieten, kriegt er das Fenster um mich anzurufen, mir halt Mail und so und so ist eigentlich recht selbsterklärend nur wie ich sagen, sehen wir uns demnächst vor ein bisschen, bis zum nächsten Mal und tschau